Heute schauen wir uns an, was Baumdiagramme sind und vor allem, wie man damit rechnet. Wie immer wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ganz kurz zur Wiederholung. Ein mehrstufiges Zufallsexperiment ist ein Experiment, bei dem man ein Zufallsexperiment mehrmals hintereinander ausführt. Kleines Beispiel. Aus einer Urne mit Kugeln wird dreimal gezogen. Man zieht hier nicht nur einmal, also führt das Experiment nicht nur einmal aus, sondern mehrmals hintereinander, nämlich dreimal. Ein Baumdiagramm ist jetzt eine super Hilfe, um die Wahrscheinlichkeit bei so einem mehrstufigen Zufallsexperiment darzustellen bzw. zu berechnen. Und wie man das macht, versteht man am besten an einem Beispiel. Die Aufgaben, auf die ihr am häufigsten stoßen werdet, sind Urnenmodelle. Deswegen machen wir das Beispiel auch direkt dazu. In unserem Beispielvideo gibt es dann noch andere Beispiele. Wir haben also eine Urne, in der zehn Kugeln sind. Vier davon sind blau und sechs sind rot. Wir ziehen jetzt zweimal aus der Urne und legen die Kugeln jedes Mal wieder zurück. Wie kann man das jetzt in einem Baumdiagramm darstellen? Ganz einfach. Ihr startet, indem ihr so viele Striche zeichnet, wie ihr mögliche Ausgänge bei der ersten Durchführung des Experiments habt. Welche möglichen Ausgänge habt ihr? Ihr könnt entweder eine rote oder eine blaue Kugel ziehen. Das heißt, ihr habt zwei mögliche Ausgänge. Deswegen zeichnet ihr zwei Striche. Und ans Ende des jeweiligen Striches schreibt ihr dann den möglichen Ausgang hin. Also in unserem Fall blau oder rot. Fehlt noch eins. Auf die Striche schreibt man die Wahrscheinlichkeit für den jeweiligen Ausgang. Vier von zehn Kugeln sind blau. Also ist die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen, vier Zehntel, beziehungsweise gekürzt zwei Fünftel. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, lautet sechs Zehntel, beziehungsweise drei Fünftel. Und damit seid ihr mit der ersten Stufe des Baumdiagramms fertig. Hier habt ihr jetzt alle Infos, die man braucht. Beim ersten Zug kann man entweder eine blaue oder eine rote Kugel ziehen. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Fünftel, beziehungsweise drei Fünftel. Hier sieht man direkt auch eine wichtige Regel bei Baumdiagrammen. Die Wahrscheinlichkeiten aller Äste mit dem gleichen Ursprung müssen immer eins ergeben. Zwei Fünftel plus drei Fünftel ist eins. Das passt also. Weiter geht's mit der zweiten Stufe des Baumdiagramms. Die steht für das zweite Mal ziehen. Angenommen, man hat als erstes eine blaue Kugel gezogen. Welche Möglichkeiten hat man dann beim zweiten Zug? Genau, man kann entweder wieder eine blaue Kugel ziehen oder eine rote. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeiten sind genau die gleichen wie beim ersten Zug, weil man die Kugel nach dem ersten Mal ziehen ja wieder zurücklegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen, liegt bei zwei Fünftel und die eine rote zu ziehen bei drei Fünftel. Genau das gleiche, wenn wir als erstes eine rote Kugel gezogen haben. Wieder können wir danach eine blaue oder rote Kugel ziehen. Und wieder liegt die Wahrscheinlichkeit bei zwei Fünftel und drei Fünftel. Hier seht ihr auch wieder, dass die Wahrscheinlichkeiten auf den Ästen mit gleichem Ursprung eins ergeben. Übrigens noch eine Info, die ihr gut gebrauchen könnt, wenn ihr schon bedingte Wahrscheinlichkeiten kennt. Die Wahrscheinlichkeiten auf der zweiten Stufe sind alles bedingte Wahrscheinlichkeiten. Denn ihr schaut euch ja die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass zum Beispiel eine blaue Kugel gezogen wird, unter der Bedingung, dass vorher schon zum Beispiel eine rote Kugel gezogen wurde. Und genau das sind ja bedingte Wahrscheinlichkeiten. In diesem Fall hier haben wir jetzt schon einen super Überblick darüber, welche Möglichkeiten es gibt, die Kugeln aus der Urne zu ziehen. Fehlen noch die beiden Fahrtregeln. Die erste Fahrtregel besagt, die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten auf diesem Pfad. Was heißt das? Ganz einfach. Wollt ihr zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr zuerst blau und dann rot zieht, also die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad hier, dann rechnet ihr einfach zwei Fünftel mal drei Fünftel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr als erstes blau und dann rot zieht, liegt also bei sechs Fünftigstel. Genauso könnt ihr auch die Wahrscheinlichkeiten für zweimal blau, erst rot und dann blau und zweimal rot berechnen. Die zweite Fahrtregel lautet so. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten der zugehörigen Pfade. Keine Sorge, das klingt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Hier direkt ein Beispiel dazu. Wir wollen in unserem Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, dass genau eine rote Kugel gezogen wird. Die Pfadregel besagt jetzt, wir schauen uns einfach die Pfade an, auf denen nur eine rote Kugel gezogen wird und rechnen die Wahrscheinlichkeiten dieser Pfade zusammen. Auf welchem Pfaden wird denn nur eine rote Kugel gezogen? Genau, auf diesen hier. Jetzt einfach die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten addieren und man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, genau eine rote Kugel zu ziehen, bei zwölf fünftzwanzigstel liegt. Perfekt, jetzt wisst ihr alles Wichtige, was es zu Baumdiagrammen zu wissen gibt. Für weitere Beispiele könnt ihr in unserem Beispielvideo vorbeischauen. Halten wir nochmal fest, ein Baumdiagramm, das sieht so aus. Mit ihm habt ihr einen super Überblick über ein mehrstufiges Zufallsexperiment und könnt auch noch sehr gut damit rechnen. Ausgegangen vom Anfang des Diagramms schreibt ihr alle möglichen Ausgänge der ersten Durchführung des Experimentes auf. Auf die zugehörigen Linien schreibt ihr die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten des Ausgangs. Gleiches macht ihr dann auch auf der zweiten Stufe. Überlegen, welche Möglichkeiten es nach der ersten Durchführung gibt und wie die Wahrscheinlichkeiten dazu sind. Ans Ende eines Pfades schreibt ihr dann die Wahrscheinlichkeit dieses Pfades, die ihr herausfindet, indem ihr alle Wahrscheinlichkeiten auf diesem Pfad miteinander multipliziert. Das ist übrigens die erste Pfadregel. Die zweite lautet so. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten der zugehörigen Pfade. Das war's. Wenn es euch geholfen hat, dann abonniert uns gerne und schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Bis zum nächsten Video.